Heute verbringen wir einen Tag auf einer Insel. Hier sind wir so. Wir sind 15 Leute, nee 18. Also hier ist echt viel Bewegung hier mit dem Wasser. Das da nichts passiert ist echt, naja. Und der hat mich gerade ein Affe angemacht. Ich will unbedingt, dass ich weggehe. Die Affen spielen hier bzw. gehen da in den Mülleimer und holen sich da Essen raus. Das ist einfach echt geil. Du bist auf einer Insel und hast die Affen hier um dich rum. Und er hat gerade Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020